Herzlich willkommen! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Persönlich mit Ellermann. Hier sind prominente Gesichter, hier sind Menschen, die etwas Besonderes im Leben schaffen, die etwas Besonderes als Aufgabe sich gesetzt haben. Und genau so eine Dame habe ich heute eingeladen, die ich vor kurzem kennengelernt habe. Und Ihre Organisation, und da muss ich wirklich sagen, Hut ab, dass es solche Menschen gibt, die so etwas tun und die sich dafür engagieren. Herzlich willkommen, Ute Nerge. Hallo, guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich. Sie sind von der Kindersternbrücke, von der Kinderhospizsternbrücke hier in Hamburg, genauer gesagt. Die haben Sie gegründet, ich glaube, vor gut sechs Jahren, vor zehn Jahren, nicht? War es richtig? Ja, unser Förderverein wird zehn Jahre alt im November, das ist richtig. Zehn Jahre. Und Sie haben Ihr großes Jubiläum, sechs Jahre. Sechs Jahre gibt es den Verein, nicht? Seit sechs Jahren gibt es das Kinderhospiz. Wir haben vor sechs Jahren eröffnet. Und der Förderverein vor zehn Jahren. Damit sind wir hier angefangen und haben begonnen, Spenden zu sammeln für dieses Haus, um es einzurichten zu können und so weiter. Bevor wir jetzt auf Ihre Stationen kommen, wie Sie überhaupt die Hospiz gegründet haben und wieso Sie sich dafür einsetzen, möchte ich doch mal noch etwas Persönliches von Ihnen erfahren. Denn Sie haben mir im Eingangsgespräch gesagt, machen Sie das Thema nicht so todernst hier für uns, auch wenn Kinder sterben. Denn wir gehen mit dem Tod anders um. Sie sagten, Sie haben gerade ein Kind, was aufgebahrt ist und sagten mir, dieser Sarg wird bemalt von den Kindern. Die Kinder sehen, das Kind, was aufgebahrt ist. Erzählen Sie uns ein bisschen. Ja, wir haben ja in unserem Haus, unsere Hauptaufgabe ist, die Familien zu entlasten. Das heißt, sie kommen zu uns mit schwerst erkrankten Kindern, die aber häufig über Jahre erkrankt sind. Die Eltern pflegen sie zu Hause und wir schaffen einfach immer Verschnaufpausen für die Eltern. Die Geschwisterkinder kommen mit, die Eltern, das heißt also die ganze Familie ist dann bei uns. Und natürlich haben wir aber auch Kinder, denen es schon sehr schlecht geht, die wir schon vier, fünf, sechs Jahre teilweise kennen. Sie immer wieder wohl zu uns kommen und am Lebensende dann auch zu uns kommen mit ihrer Familie. Es ist immer wieder natürlich auch Thema, weil alle Kinder wissen, was ist ein Kinderhospiz, auch die Geschwisterkinder. Die Trauerarbeit beginnt nicht erst nach dem Verlust des Kindes, schon weit vorher. So wie wir die Familien kennenlernen, sprechen wir über viele Dinge. Wir haben eine Steinwerkstatt zum Beispiel, wo wir jeden Dienstagabend mit den Eltern, mit den Geschwisterkindern sind, um zu erleben, dass Steine nicht tot sind, wenn man sie bearbeitet. Der Stein am Ende unseres Lebensweges wird ja immer ungern benannt und wir grenzen es sehr gerne aus. Und ich nehme immer gerne so etwas zum Thema bei uns. Und so ist es auch im Haus. Die Geschwisterkinder fragen ganz viel, sie sehen viele Kerzen, sie sehen den Kindern, denen es nicht gut geht. Und wir möchten verhindern, dass sie Angst vor dem bekommen, was auf sie zukommt. Das heißt, sie dürfen alle Gedanken, alle Sorgen, alle Ängste, genauso wie die Eltern bei uns benennen. Und wir sprechen ganz oft und häufig darüber, so aber wie sie es möchten. Und sie gehen mit den Kindern, sie bereiten die Kinder auch vor, wenn ein Kind stirbt, dann sagten sie, sie bahnen es auf. Sie sagten, sie bemalen den Sarg mit den Kindern. Wie geht das genau vor sich? Wenn ein Kind verstorben ist, dann wird mit den Eltern in der Regel schon vorher besprochen, welche Wünsche sie haben. Auch wovor sie Angst haben, all das wird vorher benannt. Wir wissen also dann, welchen Sarg die Eltern für ihr Kind gedacht haben. Er wird uns dann schon gebracht. In der Zeit, wo das Kind fünf Tage bei uns aufgebahrt wird, bis zu fünf Tagen ist das möglich, wird dieser Sarg bemalt bei uns. Wir haben einen Kreativraum und da steht er. Und die Eltern bemalen den Sarg mit Dingen, die an das Kind erinnern. Das heißt, im Moment, der Sarg hat einen blauen Himmel und hat den Griff des Rutscherautos von dem Kind obendrauf jetzt. Den hat der Vater da drauf gebaut zum Beispiel. Dass er sagt, es muss ein Leuchtturm da drauf. Unser Kind hat Leuchttürme geliebt. Da wählen sie dich zu Hause. Oder der Hund. Es sind Erinnerungen an das Kind, ob das das Kuscheltier ist oder ähnliches, wird auf den Sarg bemalt. Und auch in den Sarg wird gesehen, also die Geschwister gucken sich einen Sarg auch an. Wie fässt er sich an? Nein, er ist offen. Sie können den Deckel abgeben. Wie gehen die Kinder damit um, wenn die das sehen? Gehen die darauf zu? Streicheln sie nochmal? Wie läuft das? Ich kann mir das kaum vorstellen. Also wenn wir den Sarg bemalen, liegt das Kind im Abschiedsraum aufgebahrt. Und dort ist es so, dass die Eltern ganz viel sitzen und erzählen über das Kind. Die Angehörigen kommen, die Freunde kommen. Und in der Zeit, in einem anderen Raum steht der Sarg und wird dann bemalt. Da kommt die Omi und malt noch etwas darauf. Das kommen die Freunde, die Nachbarn, die Patentante vielleicht. Aber auch unsere Schwestern und Mitarbeiter aus der Sterbenbrücke, die dort etwas raufmalen dürfen. Ist das nicht schwieriger für die Abschiednehmenden, dass man so Abschied nimmt, sage ich, oder sehen Sie es als Erleichterung des Sterbens an? Also ich denke, es ist nicht schwerer für die Eltern, sondern gerade dann sind die Kinder ganz, ganz präsent. Wir hören die Musik der Kinder. Entweder ist es Herr Zukowski mit seinen Liedern oder es ist Heavy Metal, wenn wir einen etwas Älteren und Größeren haben. Wo Vater dann oft sagt, ich weiß noch, wie diese Musik im Haus, ich bin immer wahnsinnig geworden. Also Sie erzählen über Ihren Kind, während Sie malen. Es wird geweint, es wird aber auch manchmal gelacht. Dass Sie sagen, weißt du noch die Situation, wenn Sie den Leuchtturm malen mit Oma am Strand, wie Sie mit Mal von der Welle. Und dann kommen Geschichten und das Kind, als wenn das Kind dabei ist, es wird den Eltern sehr viel leichter, weil sie all das, was ihre Erinnerungen sind, uns erzählen dürfen. Und wir lernen das Kind immer mehr kennen. Und Sie haben auch die Angst verloren, wenn sonst die Kirchentür aufgeht und der Sarg steht dort geschmückt, hält jeder die Luft an und sagt, mein Gott, jetzt kommt wirklich ein ganz schwerer Weg. Das ist bei unseren Eltern nicht so. Ja, es ist einfacher für die Kinder vor Ort und aber auch die Eltern. Ich möchte doch mal eine Frage wissen von Ihnen, wie stellen die Kinder sich denn vor, was passiert, wenn ich tot bin? Da haben Sie doch sicherlich die witzigsten Geschichten, denn Sie haben es mir eingangs gesagt, obwohl der Tod ja nicht witzig ist. Aber aus Kindesmund ist es doch einfach zu vernehmen. In der Bibel heißt es ja auch, Kinder gehen sofort in den Himmel. Kommt so etwas vielleicht auch bei Ihnen vor, dass die Kinder, wie stellen die Kinder sich den Himmel vor? Also natürlich, wenn Sie den Sarg bemalen, wird natürlich ganz viel gefragt. Wenn der Deckel jetzt zugeht, ist das so. Oft haben Sie Erfahrung mit einem Wellensittich, einem Hamster zu Hause, den Sie auch beerdigt haben und dann probieren, eine Brücke zu schlagen. Kinder haben ja ein ganz großes Geschenk, ihre Fantasie. Und die nutzen sie einfach, um sich Brücken zu bauen. Der Himmel ist immer wieder ein Thema. Wir hatten letztens ein kleines Mädchen, das zu mir kam und völlig erbost, viereinhalb Jahre und sagte, raste zu mir ins Büro, kannst du mir mal sagen, warum ihr Großen immer sagt, das ist ein lieber Gott, wenn der Kinder sterben lässt? Wieso ist denn der dann lieb? Das macht mich erstmal immer sprachlos. Wir haben uns dann zusammengesetzt und ich habe gesagt, lass uns doch mal überlegen, warum man das so sagt und warum das vielleicht doch stimmen kann. Wir kamen nicht zu einem Ergebnis. Den Tag haben wir uns für den nächsten Tag wieder verabredet. Ich kam am nächsten Morgen in mein Büro, hatte mir auch schon etwas überlegt und sie sagte, schließ mal schnell auf. Ich weiß nämlich jetzt, wie das geht und worum das so ist und dann kannst du es den anderen auch sagen. Dann wissen alle Bescheid. Ich war also sehr gespannt, setzte mich an meinen Schreibtisch und sie saß da also mit einer Haltung an der Geste. Sie war sich völlig sicher, dass das, was sie sich jetzt gedacht hat, auch richtig ist. Und sie sagte zu mir, weißt du, der liebe Gott ist ja ein Mann. Und um Kinder zu kriegen, muss man ja eine Frau haben. Und die hat der ja nicht. Darum holt er sich ganz besondere Kinder von der Erde und die sitzen dann an seiner Seite und die hat er genauso lieb wie seine eigenen. Und deswegen ist es nämlich doch ein lieber Gott. Das ist eine schöne Geschichte, muss ich wirklich sagen. Jetzt wollen wir Ihr Haus auch mal vorstellen. Sie haben ein Buch mitgebracht, was herausgegeben wurde. Sie finanzieren sich ja durch Spenden. Hier sehen wir das Buch. Beschreiben Sie doch mal. Ich ziehe das ein bisschen zurück, damit Sie es sehen können. Beschreiben Sie doch mal Ihr Hospiz. Das ist gebaut worden. Wann? 1939. Kurz nach dem Krieg. Und ja, sehr alt. Und genau so ein Haus sollte es auch sein. Mit einer Geschichte und mit Ecken und Kanten. Nicht so, wie ich sage, quadratisch praktisch gut wie eine Pflegeeinrichtung. Sondern es sollte Ecken und Winkel haben für die Kinder, die man auch kuschelig gestalten kann und warm gestalten kann. Hier sieht man die Innenräume. Beschreiben Sie mal. Was sehen wir hier? Das ist die Halle unten, wo sich ganz viele Kinder treffen. Der große Regenbogenfisch. Mit den silbernen Fischschuppen kann man sich etwas wünschen. Das ist eine Kindergeschichte. Die Kinder sitzen da in den Rollstühlen sehr, sehr gerne davor. Ja, hier sehen wir schon Ihre Arbeit mit schmerzkranken Kindern. Also man sieht, man hat hier so die Technik, sieht man in diesem Bild sehr schön, aber trotzdem auch das Kindsein mit dem Elefanten davor. Das sieht man bei allen Kindern, bei all dem, was wir tun. Sie dürfen Kind sein. Lebensqualität ist ein großes Thema. Und immer werden das Thema bei uns. Und auch miteinander etwas zu tun. Für uns ist natürlich das Wichtigste zunächst, dass alle Kinder schmerzfrei sind. Es gibt nur zwei Kinderschmerztherapeuten in Deutschland. Einer davon ist bei uns tätig, Herr Dr. Putmann. Und erst wenn die Kinder schmerzfrei sind, können sie all das, was sie sehen, genießen. Und haben wieder Freude am Malen, am Musikhören, daran etwas zu tun. Denn sonst, das kann man sich vorstellen, wenn man Schmerzen hat, mag man an nichts anderes denken. Und das ist zunächst unser Ziel, wenn alle Kinder zu uns kommen. Dass sie also gut eingestellt werden. Und dann sehen Sie so das Leben bei uns. Da ist also Geburtstag, wird dort gefeiert. Gleichzeitig kann es aber durchaus sein, dass auch ein Kind verstirbt. Und beides hat seinen Raum unter diesem Dach. Der Tod und das Leben. Ist das ein Abschiedsbrief? Nein, das ist von unserem großen Jungen, den Sie dort auf dem Foto sehen. Er hat einen Tumor und er kommt schon sehr, sehr lange zu uns. Und ist ein ausgesprochen fröhlicher, junger Mann inzwischen. Wie man sieht, wenn Christian lacht, dann lacht das ganze Haus. Man kommt ins Haus und man merkt sofort, oh, Christian ist da, weil jeder schmunzelt. Er hat ein Lachen und eine Lebensfreude, die einfach ansteckend ist für alle bei uns im Haus. Wie gehen Sie damit um, die Erwachsenen, die Eltern, die Sie besuchen? Wie können Sie besuchen? Können Sie nachts kommen? Können Sie am Tage kommen? Wie ist das geregelt? Also bei uns ist ja die ganze Familie mit aufgenommen. Die Eltern schlafen bei uns, auch die Geschwisterkinder. Gehen aber auch zum Teil nach Hause. Ganz unterschiedlich. Wenn es Hamburger Kinder sind zum Beispiel, dann kommen die Eltern sie besuchen oder zu Hause renovieren. So das ganz normale, der normale Alltag, den haben unsere Eltern ja auch. Oder wenn es der Großmutter nicht gut geht und sie möchten in der Klinik bei der Omi gerne bleiben, dass wir dann in der Zeit die Kinder pflegen zum Beispiel. Das Geschwisterkind ist erkrankt. Oder es kann ja auch durchaus sein, das haben wir leider schon sehr häufig gehabt, dass die Eltern schwerst erkranken. Die nehmen Sie aber auch auf. Nein, nicht die Eltern, aber die Kinder in der Zeit, damit der Partner sich um die kranke Mutter und den kranken Vater kümmern kann. Ja, wir sehen hier noch ein paar Bilder. Hier sehen wir die gemalten Bilder, allerdings nicht beschrieben auf dem Sarg, sondern an der Garagentür, an der Fassade. Das ist unser Bauzaun, weil wir ja im Moment für die jungen Erwachsenen bauen und im März eröffnen wollen, sodass wir auch junge Erwachsene aufnehmen können. Ja, Sie haben jetzt zehnjähriges Jubiläum, was Sie gefeiert haben gerade. Ja. Und hier sehen wir noch weitere Bilder von Ihrer Arbeit. Inwiefern spielt die Bibel, die Kinderbibel bei Ihnen eine Rolle? Arbeiten Sie da auch mit, um Bilder zu darzustellen, zu zeigen, um eine Brücke zum Himmel, denn Sie heißen ja Sternenbrücke, das heißt ja nach oben die Brücke zum Himmel. Arbeiten Sie da mit der Bibel auch? Also wir haben einen Raum der Stille bei uns, der liegt vor dem Abschiedsraum, wo das Kind aufgebahrt ist und da gibt es in der Tat eine Kinderbibel. Und wir versuchen schon, den Kindern die Bibel näher zu bringen und unsere hat sehr viel Glitzer und Gold und Silber und man weiß, dass Kinder dann gerne gucken. Und es entstehen natürlich ganz viele Gespräche dann, wie es im Himmel sein wird, dass die Zeit da oben schneller vorbeigeht als bei uns unten auf der Erde, dass Mutti und Vati also ganz schnell nachkommen. Ein kleiner Junge sagte mir, er müsste da oben ein Haus aus Wolken bauen mit goldenen Türmen und er müsste auch schnell bauen und da würde er vorsitzen und dann warten. Da habe ich gesagt, warum sitzt du vor dem Haus und auf was wartest du? Und er sagte dann, bis Mama und Papa kommen und meine Geschwister, sagt er, und dann ziehen wir in dieses Haus ein. Und ich sage, ja, aber warum baust du vorher das Haus und sitzt davor und wohnst nicht da drin? Und er sagt, da muss ich ja nicht, weil ich bin ja über den Wolken, da regnet es ja nicht. Ah ja, also schlau gedacht. Sie haben ganz klare Vorstellungen. Das ist wunderbar. Hat Ihnen eine Geschichte, Sie müssen ja mit dem Tod täglich umgehen. Sie sehen, wie Kinder versterben. Hat eine Geschichte Sie richtig mal berührt, wo Sie sagen, das ist mir richtig nahe gegangen? Es wird sicherlich die eine oder andere Geschichte, die eine oder andere Sterbende Ihnen nahe gehen. Aber hat Sie eine Sache richtig runtergerissen, wo Sie sagten, da habe ich lange für gebraucht, um das zu verarbeiten? Also wir haben in der Tat ein kleines Mädchen, ein Heimkind bei uns gehabt, was über zwei Jahre bei uns gelebt hat. Weil es war schwerstpflegebedürftig. Und ja, Sie können sich vorstellen, wenn man ein Kind so lange hat, dann gewinnt man erst sehr lieb. Und da wir wussten, dass es wenig Liebe und Fürsorge bis dahin bekommen hat, musste Pauline, so hieß sie, dann mal die Liebe von 16 Kinder, Krankenschwester und mich aushalten. Und das war schon viel. Wir haben sie sehr gemocht, diese kleine Motte. Und wie Pauline verstorben ist, mussten wir in der Tat sagen, mussten wir sehr aufeinander achten. Und ich habe auch meine Mitarbeiter gebeten, auf mich aufzupassen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist Ihnen sehr nahe. Ja, das ist auch bei uns etwas, was ganz besonders in unserer Arbeit ist. Wir müssen sehr, sehr viel aushalten, die Eltern gut begleiten. Aber wir müssen auch gucken, wie es uns geht, damit wir diese Arbeit gut leisten können. Und das funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Also wir haben viele Arme auch für uns. Und ich muss sagen, es sind natürlich viele Kinder. Wir haben jetzt in der Sternbrücke 74 Kinder vor Ort verloren. Ich selber habe 86 Kinder begleitet. Es gibt natürlich auch schon Gedankengänge von Kindern. Ein kleines Mädchen, die sehr christlich erzogen ist, zu Hause bei der Großmutter aufwuchs, wo der Pastor jeden Sonntag zum Mittag kam. Und von der kleinen Jenny habe ich sehr viel gelernt. Und Jenny sagte, weißt du, ich habe auch gar keine Angst davor zu sterben. Weil im Himmel ist es schön. Und da habe ich gesagt, woher weißt du das so genau? Ich sagte, da ist doch noch nie jemand wiedergekommen und hat uns das erzählt. Ich sagte, sie stell dir das mal vor. Da würde einer von oben runterkommen und würde sagen, du, da ist es cool da oben. Denn wir wollen ja alle hin. Was meinst du, was da oben los wird? Das ist richtig, genau. Vor allen Dingen, es kommt keiner wieder, weil es da so schön ist. Haben Sie auch ein Kind erlebt, was bei Ihnen der Sterbehospiz war, was totgeweiht war, sag ich mal, und was trotzdem noch wieder lebt und lange lebt schon und was den Absprung geschafft hat? Gibt es so etwas auch? Also es gibt diese kleinen Wunder, auf die natürlich auch unsere Eltern immer wieder hoffen. In kleinen Schritten bei uns. Es gibt durchaus Kinder, die am Lebensende zu uns kommen und die wir noch nochmal wieder so stabilisieren können, dass sie vielleicht noch vier Wochen, noch sechs Wochen, noch drei Monate Lebenserwartung haben, obwohl das Leben angeblich laut der Klinik zu Ende sein sollte. Also das sind die kleinen Wunder, die aber auch für die Eltern schon ein großes Geschenk sind. Das glaube ich. Sie sind eine Frau, sag ich mal, die viel bewegt hat, die sich dafür einsetzt. Das kann man nur, wenn man einen sozialen Beruf gelernt hat. Sie sind Kinderkrankenschwester und wir wollen jetzt Sie auch ein bisschen vorstellen. Ihre Arbeit haben wir vorgestellt und zwar sehen wir Sie hier als junge Dame. Das war so die Konfirmandenzeit, ist das richtig? Ja. Genau, das zeigen wir unseren Fernsehzuschauern mal einmal. Hier auf dem Konfirmandenbild sieht man Sie und unsere Kameras fahren das ran. Ihre Eltern, wie sind Sie da aufgewachsen? Streng oder mehr behütet hier in Hamburg? Beides. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, aber auch mit klaren Richtlinien und so weiter. Ich habe ein sehr liebevolles Zuhause gehabt. Ich habe noch zwei Geschwister und ich habe richtig Familie kennenlernen dürfen bis heute. Also wir haben immer eine große Familie und auch wenn ich inzwischen meinen Vater verloren habe, halten wir doch das aufrecht, dass wir als Familie zusammenkommen, das Weihnachtsfest zusammen verbringen, auch zusammen Urlaube verbringen und Ähnlichem. Also Familie, dieses Wort ist für mich ganz, ganz wichtig. Genau. Dann sehen wir Sie hier, glaube ich, als junge Dame schon. Ja, mit fast 18 Jahren. 18 Jahre? Ja. Sie haben dann, sind hier noch, hier haben wir, glaube ich, noch ein Schulbild, was wir unseren Fernsehzuschauern zeigen. Hier sieht man Sie in der Schule. Ich hatte erst gedacht, Sie sind in Bayern zur Schule gegangen, weil man sieht ein Kreuz oben. Das sieht man bei den norddeutschen Schulen ja nicht, aber Sie sagten, das ist die Tafel. Aber da ist ein Kreuz im Hintergrund. Meinen Sie, dass Sie geführt werden von Gott auch, dass Sie diese Arbeit gerade tun, die schwere Arbeit, wo keiner mit Ihnen tauschen möchte, wo man sagen muss, die Frau setzt sich dafür ein. Das macht ja gar keiner gerne. Glauben Sie, dass Sie von Gott da auch berufen sind für? Also ankommen natürlich schon Gedanken. Vor allen Dingen bei ganz vielen Situationen, zum Beispiel bei der Eröffnung der Sternenbrücke, war strahlend blauer Himmel, die Sonne schien. Ich ging mit den Kindern rein ins Haus, sie stürmten das Spielzimmer, alle riefen mich raus, unsere Landespastorin, Frau Stoltenberg, ist ja eine unserer Schirmherren, und sie rief mich zurück und sagte, Ute, du musst unbedingt rauskommen. Alle guckten zum Himmel und waren völlig erstaunt, über dem Haus stand ein Riesenregenbogen. Und das bei blauem Himmel, das gibt es eigentlich gar nicht. Wunder, wie Gott für uns bereit hält. Wir haben viele Situationen bei uns im Haus, wo man sehr nachdenklich wird, und wo wir auch inzwischen sagen, das ist so. Irgendjemand leitet da, irgendjemand tut etwas für uns, und er meint es gut. Sie wissen auch, warum Gott den Regenbogen geschaffen hat? Nein. Dass er den Bund mit uns schließt. Und vielleicht hat er mit Ihnen den Bund auch geschlossen, dass Sie diese schwere Arbeit sozusagen führen sollen hier in Hamburg. Können Sie sich das vorstellen? Ich wäre dankbar für die Begleitung. Ja. Denn man braucht in der Tat, alle Menschen in der Sterbenbrücke brauchen viel Kraft für das, was sie tun. Aber das tun sie vor Liebe und Fürsorge, muss man sagen. Und trotzdem, wenn wir da eine Unterstützung haben in dieser Form, ist es sicherlich eine Riesenhilfe für alle unter diesem Tag. Und wir würden das uns wünschen. War Gott eine Hilfe in Ihrem Leben? Wenn Sie zurückblicken, war er mal eine große Hilfe, wo Sie sagten, da habe ich Gottes Hilfe gespürt, da habe ich Sie empfunden? Also ich denke, man selber lebt so in den Tag hinein. Nein, einfach so. Und man muss einfach sagen, auch ich habe Lebenssituationen natürlich erlebt, wie mein Sohn schwer krank war. Gott sei Dank jetzt wieder gesund. Dadurch sind Sie überhaupt auf dieses Thema gekommen? Nein, das war noch so eine Ergänzung. Da war die Idee schon da und auch der Förderverein schon gegründet. Aber trotzdem war das etwas, wo man natürlich hofft, Hilfe zu bekommen als Mutter. Und das erlebe ich auch bei all unseren Müttern, bei unseren Vätern. Ist Ihr Sohn hier zu sehen auf dem Familienbild? Nein, da war noch nicht einmal geplant. Nein, da bin ich frisch verheiratet mit der ganzen Familie auf diesem Foto. Aber es ist schon eine Situation gewesen, wo man sagt, lieber Gott, hilf, dass mein Kind wieder gesund wird. Beten Sie? Ja. Also das sind schon ganz viele, nicht regelmäßig, aber in der Sternbrücke schon. Ja, mit allen Eltern. Nein, nicht täglich. Es kommt immer drauf an auf der Situation, denn ich bin manchmal auch Tag und Nacht vor Ort. Und das muss halt auch mal passen. Ich habe 24 Stunden Rufbereitschaft seit sechs Jahren und mit den Eltern tun wir es immer. Auch wenn das Kind ausgesegnet wird, wenn es verstorben ist, im Änderungsgarten. Alle unsere Kinder kennen das Vaterunser, auch die ganz Kleinen schon. Und Sie sprechen das Vaterunser auch? Ja, immer. Also es hat diesen Rahmen, aber es bekommt auch den Raum je nach Glaubensrichtung der Eltern. Wir sind da also konfessionell nicht gebunden. Man sieht hier, es geht fröhlich zu. In der Sternbrücke, obwohl Sie mit sterbenden Menschen und Kindern. Und das ist ein schwer krankes, stoffwechselkranktes Kind. Und man sieht, jeder Tag wird wirklich doppelt gelebt und genossen und mit viel Freude auch. Also bei uns wird sehr viel gelacht. Die Kinder machen sehr viel Blödsinn, wenn sie noch können, wenn sie schmerzfrei sind. Das Leben hat bei uns eine ganz, ganz hohe Wertigkeit. Das ist schön, wunderbar. Das sieht man, denke ich, auch auf den Bildern. Das sieht man auch in unserem Buch. Und was für die Kinder eben ganz wichtig ist, dass sie trotzdem auch lachen können. Und auch wenn sie im Rollstuhl sind, gut, aber von da aus kann man auch angeln und von da aus kann man auch verschiedene Dinge tun. Das ist so. Und man kann sich damit arrangieren. Das sagen ganz viele unserer Kinder. Und der eine kann die Arme nicht heben und der andere kann eben nicht laufen. Da kann man sich ja helfen. Genau. Frau Nerge, wir wollen von Ihnen so langsam zum Schluss wissen doch, wie man Ihnen helfen kann. Und vor allen Dingen, wie kann man Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Denn es gibt, glaube ich, eine Internetseite, wenn Sie uns die verraten würden. Ja, ja. Gerne. www.sternbrücke.de Und Sie können dort Einsicht nehmen. Sie können das Haus ansehen. Aber natürlich auch spenden. Und wir freuen uns da sehr drüber. Denn dieses Wirtschaftsjahr ist natürlich gerade für alle sozialen Projekte, die auf Spenden angewiesen sind, doch ein sehr schwieriges Jahr. Brauchen Sie auch Helfer? Sind Helfer erwünscht? Ich bin ehrenamtliche Mitarbeiter von Herzen. Gibt es da eine Telefonnummer in Hamburg, die wir unseren Zuschauern nennen können, die Sie vielleicht sagen? Das ist die Zentrale von der Sternenbrücke. Das ist die Telefonnummer 040 für Hamburg und 8199120. Und dann durchstellen lassen bitte zu dem ehrenamtlichen Koordinator. Weil alle unsere Mitarbeiter bekommen eine Schulung von 60 bis 80 Stunden und bevor sie bei uns zum Einsatz kommen. Und er wird sie dann mit Freude aufnehmen und zu einem Gespräch anladen. Frau Ute Nerge, wir haben viel erfahren. Es war ein schweres Thema. Am Anfang habe ich gedacht, das wird für mich ein wahnsinnig schweres Thema. Aber wie Sie mit dem Tod umgehen, auch positiv mit den Kindern, wie Sie die Brücke schaffen, die Sternenbrücke schaffen für die Kinder, lobenswert für ihre Arbeit. Ich wünsche Ihnen viele erfolgreiche Jahre, dass Sie Ihre Organisation, Ihr Haus halten können. Ich wünsche Ihnen auch viele Spenden dafür. Und seien Sie gewiss, ich werde Sie auch unterstützen. Und viele Menschen, die im Fernsehen zuschauen, sicherlich auch. Das war wieder eine weitere Ausgabe von persönlich mit Ellermann. Schalten Sie wieder ein. Es gibt fröhliche Themen bei uns. Heute war ein besinnliches Thema. Aber diese Themen behandeln wir auch hier auf Bibel TV, Ihrem Lieblingssender. Mehr Infos auch unter www.bibeltv.de. Ich darf auch hinweisen, dass wir eine Sendung haben, hoffnungsvoll, wo wir auch Ihre schwersten Nöte hier auf Bibel TV behandeln. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gott beschütze Sie. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017